Das ist die MOOC-Map, das Herzstück unserer Kurserstellung. Die MOOC-Map gibt euch einen Überblick über die wichtigsten To-Dos, die bei der MOOC-Erstellung auf euch zukommen. Mit der erfolgreichen Absolvierung dieses MOOCs könnt ihr den ersten Schritt, die Systemeinschulung, bereits abhacken. Nach einem kurzen Gespräch mit uns, dem iMOOC-Team und dem Unterzeichnen der Vereinbarung, bekommt ihr auch schon das Zertifikat und seid nun offiziell zertifizierte KurserstellerInnen. Nachdem wir euren Kurs angelegt haben, könnt ihr mit dem Befüllen der Startseite loslegen. Die Startseite ist jene Seite, auf der man sich zum MOOC anmelden kann und informiert über Inhalte, Ablauf und Abschluss des MOOCs. Deshalb ist es wichtig, dass diese möglichst früh online geht. Bitte meldet euch also spätestens zwei Monate vor dem MOOC-Start mit der fertigen Startseite, damit wir diese freischalten können. Wir wollen ja auch, dass möglichst viele Personen euren Kurs finden. Mit der fertigen Startseite beginnt die Promotion. Aber nicht nur wir machen Werbung für euren MOOC. Auch ihr solltet euren MOOC promoten und in eurer Fachcommunity bekannt machen. Gleichzeitig geht es bei euch mit dem Einpflegen eurer Kursinhalte weiter. Ihr könnt natürlich in eurer MOOC alles Mögliche einfügen, wie Texte, Quizzes, Links und vieles mehr. Die zentralen Inhalte eures MOOCs sind aber die Videos. Bitte beachtet, MOOC-Videos solltet ihr mit dem iMOOC-Intro und Outro versehen. Die fertigen Videos laden wir euch dann auf den iMOOCs YouTube-Kanal. Auf iMOOCs gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber keine Sorge, diese werden von uns vor dem MOOC-Start nochmal kontrolliert. Damit wir hierfür genügend Zeit haben, müssen alle MOOC-Inhalte spätestens zwei Wochen vor Start fertig eingepflegt sein. Gebt uns Bescheid, sobald ihr soweit seid. Ansonsten bekommt ihr ein nettes E-Mail von uns. Wenn alles passt, ist euer MOOC bereit für den Start. Jetzt wird's ernst. Die TeilnehmerInnen kommen in den Kurs. Bitte schaut in der betreuten Phase eures MOOCs regelmäßig in das Forum. Das Forum könnt ihr zum Austausch nutzen und Fragen beantworten. Für technische Fragen gibt es einen eigenen Bereich, der von uns betreut wird. Darum müsst ihr euch nicht kümmern. Über das Creators Dashboard eures MOOCs bekommt ihr Einblicke in das Lernverhalten eurer Teilnehmenden. Diese können für Auswertungen eures Kurses bzw. Rückschlüsse für einen eventuellen Neustart genutzt werden. Nach Ablauf der betreuten Phase wird euer MOOC zum Selbstlernkurs und ist so lange verfügbar, wie ihr das wollt. Gerade bei MOOCs, die mit Lehrveranstaltungen kombiniert sind, könnte ein Neustart spannend für euch sein. Dieser bietet euch die Möglichkeit, Inhalte anzupassen und den MOOC wieder als betreuten Kurs zu starten. Und dann, ja und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.